Hallo, mein Name ist Anita und ich begrüße euch wieder in der Paulmann Lichtwelt auf YouTube. Lampe, Leuchtmittel, Leuchte, drei Begriffe, die ständig verwechselt werden. Aber was ist eigentlich was? Das hier ist eine Lampe. Viele verwechseln aber die Lampe mit einer Leuchte. Jens zum Beispiel ist keine allzu große Leuchte. Ach, Spaß beiseite. Jens hält allerdings eine Leuchte in der Hand. Eine Lampe ist also das Leuchtmittel, was in eine Leuchte eingesetzt wird. Oft wird eine Lampe auch als Birne bezeichnet. Das liegt an der ähnlichen Form, aber offiziell gibt es diesen Begriff nicht. Lampen, also Leuchtmittel, gibt es in allen gängigen Techniken. Der Trend allerdings gilt klar zur LED. Jetzt zum Ende möchte ich euch noch ein bisschen verwirren. Dazu möchte ich euch diese Leuchte zeigen. Hier sind die LED-Module schon mit verbaut und ihr müsst keine einzelne Lampe einsetzen. Also Lampe und Leuchte in einem. Bei dieser Leuchte muss auch kein Leuchtmittel gewechselt werden. LEDs haben eine Lebensdauer von 20.000 Stunden. Das sind rund 20 Jahre. Das heißt, ein Austausch ist sowieso nicht notwendig. Manchmal sage sogar ich aus Versehen Tischlampe oder Stehlampe. Aber genau genommen ist es ja eine Tischleuchte und eine Stehleuchte. Für den nächsten Einkauf seid ihr jetzt fit. Vielleicht könnt ihr so euren Freunden ein paar Tipps geben. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir gerne unter diesem Video ein Kommentar hinterlassen. Mehr über LED-Lampen erfahrt ihr in meinem Video dazu. Abonniert einfach unseren Kanal und ihr seid immer auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal. Euer Anita. Bis zum nächsten Mal.